Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Runde Hunt Showdown mit Yenna und Joni. Hallo. Hallo, 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 hallo. Ich würde ja auch nicht schießen, aber. Ich werde ihn messen. Dann mal lälst du, dann mal lälst. Jetzt gewinnen wir. Jetzt, diesmal, wirklich. Ganz bestimmt. Wir werden nicht wieder erschossen. Ja, ich hoffe es. Wir haben uns nur warm gemacht. Das waren die Warm-Ups, genau. Das waren die Warm-Up-Runden. Alternativ können wir auch so tun, als wäre es nie passiert. Ja. Wir verlieren nie. Ist nur alles im Internet, aber ja. Nein, nein, nein. Wir können es trotzdem leugnen, oder? Man muss es nur oft genug und überzeugend genug sagen. Dann glauben das die Leute. Was ist das denn schönes? Ich meine, potenziell unpraktisch, wenn da viele haben wir im Laufen. Ja, das war's. Ist das ein Tipp im Haus? Oder ist der nicht drin? Ne, der ist hier. Oh, da ist ein Digger. Einer könnte den weglocken und einer nimmt den Crew. Was ich mache? Oh, fuck. Ich häng fest. Aua. Hinweis. Oh, ich hab den Hinweis, aber ich hab Schmerzen. Schnell, rennen, rennen. Ich hab noch meine Kontakte in sich. Ich sag dir ehrlich, ich soll sie festkleben. Das ist richtig schlimm. So, dann könnten wir Ashkrieg gehen. Oh, äh, nein. Oh, ich hab, oh. Jetzt hab ich gleich richtig ein Problem. Lauf, lauf, lauf. Mama. Ja, keine Sorge. Ich muss mal gucken, ob ich hier Heilung finde, aber ich seh gerade tatsächlich nichts. Und die haben schon den Boss. Was, wie schnell sind die denn? Spawnen die auf den Boss? Ja, manchmal kann das sein. Okay, cool. Wo sind die? Ja, aber wir kümmern uns um den anderen Boss. Die sind ziemlich weit weg. Ja, wir kümmern uns um den anderen Boss. Da habt ihr nochmal Glück gehabt. Ja. So, puh, jetzt kümmern wir mal, ne? Dickhose und so, einfach Dickhose. Heilung! Juhu! Cool. Immer dieses Satisfiende-Geräusch, wenn man sich geheilt hat. Dieses Erstfahrt durchatmen. Ist ja angenehm, halt. Ja. Schön, wenn das draußen macht es. Ja, und der Boss ist hier. Ey, wo ist denn der Clou? Ach, da hinten beim Kurm ist der Hinweis. Ja, egal, dann lass reingehen. Geben wir rein. Geben wir rein in die gute Stube. Hallo. Es ist der S-Hessen. Ach, nö. Er ist... Wo ist er denn? Kommt er mal runter? Da ist er. Er ist immer unterwegs. Mach mal die Tür zu. Rauch! Oh, da habe ich den Tür aufgerissen. Da habe ich den Tür aufgerissen. Der Clou. Er ist ja witzig. Ohne nicht aufeinander schießen würde. Sinnvoll. Ja, wäre nicht so. Aber ich habe Angst. Nein, geht schon wieder. Ich lasse mich doch in Ruhe. Ich... Ich bin ein Fan. Ich beschwerte. Ups, Entschuldigung. Nein, nicht schon wieder. Denkt an eure Munition, ne? Ich denke an meine Heile. Ich beschwerte. Nicht, dass er da keine Munition mehr hat, wenn den Gegner hat. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Plan-Kampf-Klinge. Oh, der ist voll an. Ist er ein bisschen gekackert? Ja, der ist schon ein bisschen stressig, dieser Bus. Aber es saugt um die Indem-Insekten. Ja, ja. Oh. Da schießt er wieder seine Teile, wenn er so in der Wand fängt. Er ist aber auch... ...kleine... ...süße Sniff. Der kleine, süße Assassin. Ach, der ist fast... Der kriegt Schläge. Und er ist tot. Und es ist weiß. Das heißt, noch keine Gegner da. Aber jetzt ehrlich ist er nicht so richtig... ...richtig stressig wie die anderen Bosse irgendwie. Weil zum Beispiel bei Schlechter, da warst du ja wirklich nur am Wegwerden die ganze Zeit. Ja, aber ich finde den Schlechter, den finde ich aber eigentlich mit am Einfachsten. Ja, aber der hat mich permanent angestochen. So, ich mach mal hier zu den Eingang. Mit Stacheldraht. Dann, glaube ich, den Muni oder irgendwas. Hier oben ist Munition. Da ist zu. Dann stell ich hier... Sollte ich vielleicht vor allem Yasha zuerst nehmen. Ich hab ja nichts... Ich hab keine Muni verbraucht. Das ist gut. Okay. Ich hab nur... Ich hab nur draufgehauen, ja. Okay. Das Witzige an dem ist ja... Den kannst du ja nicht einfach totiessen, weil der verschwindet ja die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Hier ist noch ne... Hier ist noch ne... ...falle. Ne... ...puppe Spiegel. Naja, ich stell auch ne Bärenfalle hier an die Tür. Au! Wo bin ich reingetreten? Nicht gesehen. Der Bärenfall? Ah, das ist ja... Ach nee, das ist ein Stacheldraht. Sehr gut. Ich bin... Ja, das ist äh... Der Stacheldraht, der geht leider manchmal bis äh... Wenn der unten ist, bis in die obere Etage. Das ist ein bisschen doof. Also das konntest du, glaube ich, nicht sehen. Wir machen mal die Falle... Aber da laufen wir am Ende rein, oder? Oder hier an die Metalltür? Ja, du kannst ruhig... Ja? Ruhig an die Türen hinstellen. Da in der Nähe, wo er... Wo er verbraucht wird, aufgeraucht. Das ist so ne große... Weiß ich nicht. Auf dem Dach hier ist so ne... Ja, du kannst äh... Wenn die am Fenster steht, kannst du die wegpresen. Ja... Weiß halt grad nicht, wo die ist, leider. Hä? Ach, scheit... Bleiben sie family friendly, ja, also... Wo ist denn die? Hä? Warte, wenn die gekommen sind... Ähm... Ach, da? Hier auf dem Dach, ne? Ja, da vorne draußen. Kannst du ja wegschießen. Ja. Aber pass auf da am Fenster, da fängt man sich gerne mal nen Headshot. Ja, das darfst du mir auch so. Ist das Tor, da lebt es noch mehr? Ja, das darf ich bisschen verteilen, ne? Hier stell ich auch noch ne Falle hin, weil man kann hier theoretisch auch hochklettern bei den Fenstern. Ja, ja, ja. Man wird sehr nervös. Aber das macht ja auch Sinn, damit andere Spieler noch die Möglichkeit haben theoretisch da hinzukommen. Ja, natürlich. Gerade bei solchen Situationen wie vorhin, wo die Leute einfach da spawnen. Ja. Oder weniger. Hm. Genau. Ah, okay. Die wünschen sich mit anderen dann grad nämlich an, wenn der eine... Ja, die haben grad da... Das andere Team hat grad die Bounty aufgenommen da unten. Mhm. Das heißt, dass sich die aber da unten prügeln. Das ist ein ganzes Stück weit weg. Das heißt, da sind zwei Teams, oder? Wenn da noch ein Team ist, ich glaube... Also jetzt hat das Team, was den Boss jetzt gemacht hat, wahrscheinlich gerade aufgenommen, nehme ich an. Oder gab's einen Wechsel, ich hab nicht aufgepasst. Mit den Namen. Ich bilde mir ein, die hatten das schon... Das hat jetzt jemand an... Ah, ja. Ja, ja. Ja, hast recht. Es wird sich vermöbelt. Vielleicht haben wir Glück? Ich mein... Ja, dann können wir... Können wir ruhig nehmen. Dann gehen wir jetzt einfach hier oben raus, oder? Strange. Wir haben ja einen Ausgang hier oben. Machst du mal kurz schatten sich, dass wir das nicht beide machen, ob jemand in der Nähe ist? Ähm... Ich seh... Ich beide. Okay, gut. Dann... Gehen wir hier oben raus, will ich sagen, oder? Alles klar. Müssen wir nicht noch ganz da runterlatschen? Okay. Haben wir noch einen Erfolg. Wir haben zwar keinen... Ne? Spieler, aber... Das muss ja auch nicht. Ja, muss ja nicht immer sein. Bam! Der muss leise sein. In die Kräne reinspringen. Ja, jetzt ist es ja eh egal, weil wir... haben ja jetzt eh Blitze überm Kopf, sozusagen, wie in der Bounty. Asiob. Yes. Wie ging das nochmal mit welcher Taste? Sie umgucken, mit der... Schattensicht. Äh, mit E. Äh, F... E. Mit E. Oh. Ne, ist alles cool. Alles frei, sehr gut. Aber noch zwei Sekunden, also. Ich mach ne kleine Explosion jetzt. Was? Hab grad in die Luft geschossen mit der Armbrust. Es wird jetzt irgendwo explodieren, in der Ferne. Hab aber nichts gehört, komischerweise. Jetzt. Oh. Witzig. Ist denn schon Silvester? Ja, bitte entschuldigen Sie mal. Das ist verboten, unterhalb ich hab ich. Ich werd's dir anzeigen. In Bayou. In Bayou ist alles erlaubt. Aua! Ich hoffe, sie lernen daraus. Wie nett, wenn ich anders wollte. Wie sagt der nächste? Vielleicht der nächste Böller hinterher. Oh, der ist noch nicht tot. Okay. Warum war der denn noch nicht tot, ey? Komm, Achtung! Oh! Oh, Feuer! Hilfe! Ich finde, wenn wir schon keine Gegner haben, müssen wir uns selber ein bisschen beschäftigen. Ey, wo ist der denn? Komm, er ist selber spannend nachher. Ja, ja. Hier unten ist einer. Oh, das hat weh. Du Tlingel. Einfach fast selber gekillt, ey. Ja, GG, ne? Du brauchst auch noch einen. Vor allem, das ist noch viel zu gesund aus. Ey! Ihr könnt ja noch mal gucken, ob wer kommt, aber ich denk mal nicht, oder? Ich hab grad keinen gesehen. Okay, gut. GG! GG! Ja! Oh! Haum ist man mit! Du hast überlebt, um einen anderen Tag zu sterben. Danke! Ja! Passiert sehr oft. Ja, wie die Tomaten. Passiert sehr oft, wie die Tomaten. Achso! Achso! Oh Gott! Dieser Schmerz, dieser Schmerz. Da muss man erstmal drauf kommen, ja. Ja, jetzt demnächst kommt ja auch Diablo raus. Das wollte ich vielleicht spielen, weil ein Kumpel spielt das auch. Und ja, mal gucken. Ja, die Beta war nett, aber hat mich jetzt auch nicht so krass abgehoben. Ja, es ging, es ging. Aber gut, die Beta ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt, mehr oder weniger. Ja, natürlich. Aber man hat halt schon wieder ein ähnliches Problem wie im dritten Diablo. Dass du halt einfach, ähm, sehr Cookie-Cutter die Bail ist. Das weißt du doch. Ja. Du musst eine Sache und die willst du nachher machen. Und nicht so extrem viel Freiheit, ne. Das ist halt auch cool für den Gameplay, je nachdem was du machen willst. Ja, es geht doch immer so ein bisschen nach Meta. Das stimmt schon, ja. Also du hast eigentlich, eigentlich hast du schon, äh, durchaus einige Möglichkeiten, oh die habe ich nicht gesehen, bei den Klassen auch verschiedene Sachen zu machen, was ich so gesehen habe. Ja, aber grundlegend ist halt das Ding, ich denke mal, es würde relativ ähnlich werden wie in Diablo 3, wenn es Sets gibt oder so. Ja. Also in der Beta waren keine, ähm, aber halt wenn es solche massiven Bonis gibt, die Karnung, 10.000 Schaden für irgendeine Fähigkeit, also wirklich 10.000 Prozent. Ja. Ja. Ja, dann bist du natürlich mehr oder weniger, sozusagen, gezwungen, das zu nehmen, ne. Ja. Aber da weiß, da weiß ich auch, da kann ich gar nichts zu sagen, wie das genau ist, ehrlich gesagt. Ja, wobei ihre neue Version vom Paragön, die sehen uns ja schon cool aus. Ja. Paragönchen, Paragönchen. Ja, dann gehen wir mal Richtung Mühle, Weeping Stone, ne. Benedikt Mühle. Benedikt, wir danken für diese Brülle, Brülle hier. Ich dachte gleich, ich hätte da wen gesehen. Noch ein Zombie, nein. Ich dachte, er hätte da wen gesehen. Zambi. 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 Ja, man wird manchmal auch ein bisschen Paranoidchen im Game. Was? Ja. Nur in dem Game. Oh, und habt ihr den neuen DVD-Killer gesehen? Ne. Nein. Er ist ziemlich cool. Ich spiel halt auch nur noch ganz selten, wenn du überhaupt mal DVD-Killer. Ja, ich auch nicht. Aber willst du nicht wieder extrem viel spielen, Nadine? Auf Twitch habe ich einen Code bekommen für den komischen Spaltpass. Spaltpass. Das hört sich ein bisschen komisch an. Ist es auch. Ein Clou. Ein Clou. Oh, ist hier... Ach, hier ist ja noch einer. Perfekt. Dann können wir direkt Zweigdüßchen. Mal wissen, was direkt der Boss ist. Seven Sisters. Oh, es gibt nur einen. Bei den sieben Schwestern ist der Boss. Na dann aber Randa. Randa. Ja. Bis wir da sind, wird er wahrscheinlich schon gemacht sein. Baby. Oh. Okay. Dann wollen wir mal kurz raus. Beim... Beim Gefängnis wird geschossen. Das war ein Date beim Gefängnis. Ja. Warum denn nicht? Weißt du, wenn du so die Theorie hast, wenn sich der Partner unsicher fühlt, dass er sich dann von dir beschützt und geborgen fühlt, so wählst du einen unsicheren Ort als erstes Ja. Ja. Oder wenn der Stage schlecht läuft, ist es nicht gleich wegzulaufen. Ja. Naja. Oder du kannst ihm was anhängen und da lassen. Wenn der Stage schlecht läuft, kannst du ihn gleich einsperren. Oder sie. Ja. Ja gut, wenn du Wärter bist. Wärter. Wärter. Ja. Na ja. Kleine Rolle gewesen. Wie wenn sie da runterrutschen. Schön. Schön. Wunderbar. 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 Ja. Und gehen wir mal hier rum. Wir gehen mal hier rum. Wir folgen überall hin. Einfach mal hier rum. Bisschen da rum. Bisschen dummdi dumm. Ich schon, Endlichkeit. Und noch viel weiter. Viel weiter. Boah, da stirbt die noch nicht mal, obwohl die mal eine Axt abgekriegt hat. Ja. Aber hier ist ja direkt Pfeilung. Ob mal. Direkt Pfeilen hier. Ah, ich häng fest. Äh, willst du mal sagen, dass ich, äh, ne, bin? Nein. Hm? 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 Das ist gut, aber weh. Da muss ich mir wieder ein Pflaster draufkleben. Oder so. Was für einig? Winnie Pooh? Da hinten sind Leute. Da hinten sind Leute. Hä? Achso, was seid ihr denn da? Dacht du grad, hä? Wie war das mit Paranoid? Ja. Ja, du spielst im Dreierteam. Oh, ich will doch fein. Wer ist der dritte Typ? Da, Vorsicht. Ah. Ah. Ja. So ungefähr, ey. Aber ich sag, ein DVD ist ja auch so, äh, nach einer Weile denkst du immer, du hörst die Handrisse irgendwo. Ja, ja. Also es geht eigentlich, wenn du sie einmal hattest dann. Die machen den Boss schon. Glaub ich. Großartig. Oder ne, die kommen gerade, die kommen gerade von da. Von da. Da kommen sie jetzt durch. Durchs Tor. Leider nicht getroffen. Ich muss mich in Deckung bringen. Heilend. Da hab ich auch so einen Weg getroffen. Och, Mann ey. Das ärgert mich grad, dass ich da daneben geschossen hab. Jetzt mit an dem. Oh. Krass. Alter, hier geht's ab jetzt. Oh, ist jemand? Hier geht's jetzt richtig ab. Da oben ist einer. Da ist einer. Oh, da hat's grad mich. Hit, hit. Da ist jemand. Also ich bin noch nicht... Ja, er ist an der Blutung gestorben vor mir. Hihihi. Oh, da oben ist noch einer. Äh, warte. Da. Da war einer grad auf den Stein. Ja. Da unten ist auch einer. Ist unten? Da. Beim Tor. Kann sein, dass der jetzt da lang... Oh, sei es mit links. Ja, ja. Kann ich nicht holen. Ah, der hat mich getroffen, der hat mich getroffen. Warte, ich bin. Kommt. Ich bin gleich selber tot, wenn der andere mich dann noch holt. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich heile, ich heile, ich heile. Ich hol Joni hoch. Ja, ja. Uff, ich hab erst mal jetzt ein halbes Hausleben hab ich noch. Ich heil mich gleich noch mal. Ich hab wirklich nur noch so'n kleinen Pups. Ich glaube, beim Haus waren jetzt noch Leute. Mhm. In dem weißen Haus. Chillig, chillig. Aber hey, wir leben noch. Da oben. Boah, ich glaub ich hab was getroffen. Aber die auch. Wow. Ich glaub der hat immer die bessere Sicht. Nur hier auf dem Platz. Ja, von der... Warte, der hat mich grad von hoch. Wurde ich grad abgeschossen. Oh Mist. Ich hab mein letztes Medikid. Wir müssen raus, hier Joni. Die ziehen die ganze Zeit auf uns. Lauf nach hinten um mich. Ab, ab, zwei Leute. Zwei Leute hab ich. Da ist noch einer. Direkt neben mir. Direkt neben mir, ja. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ich hab keine Heilung mehr. Direkt neben mir hier ist einer. Oh, ich bin tot. Oh, der kam. Der ist auf mir quasi durch. Hingelaufen. Ist der da drin? Wo ist der? Der war jetzt grad über mich drüber gelaufen. Ich glaub der ist im Gebäude. Aber ich weiß gar nicht. Nein, da oben. Er ist draußen. Er ist bei mir nicht. Nee, quasi. Joni auch da? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh ja. Ist die Frage ob da hinten noch wer im Gebäude ist. Oder ob das jetzt alle waren. Puh ey, das war jetzt ganz schön stressig ey. Ich sag, gefühl sind das immer mehr als drei Leute. Erstens weiß. Wir haben sie glaub ich alle. Oh mein Gott. Ich bin aufgewogen. Das ist schon wieder aufregend ey. Dafür liebe ich dieses Game einfach. Das ist so aufregend immer. Dankeschön. Bitteschön. Boah, das Adrenalin. Es kickt wieder rein. Ich lieb's ey. Okay, an sich bin ich hier. Ja. So, die eine habe ich hier gekillt. Irgendwo im Busch. Hier liegt eine. Genau. Jetzt hat die Schönes dabei. Dann habe ich den gekillt. Hey, wo sind denn ihre Waffen hingefallen? Merd. Sie ihre Waffen nicht. Ah ja. Ja, hier hat ein Sniper dabei. Doch, was hat er vor dir? Doch, was hat er vor dir? Eine Handkanone. Vielleicht hab ich, also mein Sniper ist echt ein bisschen schuldig. Aber jetzt kommen noch Munitionen. Aber, hm. Warum nur? Als hätte man, hätte er gebrückt, um den Jäger zu durchzuholen. Oh, hier liegt auch noch einer. Oh, ich hab Verbandsnaschen gekriegt. Zwei Stück von dem hier. Oh, ich... Oh, der wurde bereits gefilmt. Das war noch von euch. Okay, ich dachte... Ich hab mich, glaub ich, ein bisschen verklickt. Ich hab mich erschrocken, ey. Okay, den hier kann man noch durchsuchen. Der hat vielleicht auch noch Verbandstaschen dabei. Der hier. Mag jemand? Den kann man noch durchsuchen. Ja, den hatte ich, glaub ich. Ich hab auch noch Verbandstaschen selber, also. Ach so. Dann durchsuche ich. Vielleicht krieg ich nochmal. Wo ist denn jetzt der andere eigentlich gestorben? Der war doch... Ich hab noch eine Verbandstasche. Ich hab wieder drei Verbandstaschen. Ist das nicht eins? Hä, wie hab ich den denn noch gekillt? Ich hab ins Haus geschossen mit der Expromonie und hab den hier noch gekillt. Nicht schlecht. Absicht. War nicht schlecht. Calculated. Genau so gelaufen, wie wir es geplant haben. Gut. Ja, und dann waren wahrscheinlich noch welche im Haus. Hier liegt auch noch einer. Hier liegt auch noch mal. Hier liegt einer. Ah, mit der Maustaste. Ich hab ja Munition, ne? Also, wenn jemand will. Hier ist auch noch mal so eine Springfield-Trakta. Wenn einer die haben will. So, und ich weiß nicht, ob hier auch noch Leute waren. Ich glaube nicht. Aber man kann ja mal gucken. Oh, lange Munition. Hier ist lange Munition. Lange Munition, ne. Ne, ich glaub, hier ist keiner mehr. Die können wir wohl mit dem Boss anfangen. Okay, krass. Easy, wollte ich sagen. Irgendwie kann ich manchmal keine Fenster kaputt machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an mir liegt. Oder kaputt schlagen. Die gehen dann einfach nicht kaputt, die Fenster. Irgendwie bei mir. Das war ja mega lecker. Warte mal, was? Wollte ich sonst noch freuen? Da ist unser Fall. Da bricht wieder die Hölle los hier. Da bricht wieder die Hölle los hier. Tja? Äh. Echt? Warte mal, ich hab ne Sticky Bomb. Ich schmeiß die an den. Ja, okay. Der ist gleich drunter. Jawoll. Jawoll. Da ist er da. Das ist Winterkill. Ich guck mich nicht. Ja, die... Die Hauptbombe, die macht nicht damage an den Boss. Ja. Ja. Und diese Raucher immer, ehrlich. Kinder, nehmt euch daran kein Torhüter. Ich schmeiß mal hier so ne Chaosbombe hin. Die macht gleich Schussgeräusche. Ja. Let's know. Einfach just for fun. Ach so? Just for fun? Nja! Hast du noch andere Team von der Karte oder war es jetzt nur eins oder was? Boah, das waren grad... Wie viele Leichen hab ich gelootet? Sechs? Oder so? Oh, okay. Oder war es... Es war mehr als ein Team. Ja, ich glaube es waren sechs oder so. 5% Also wenn... Chaosbombe. Cool. Wenn überhaupt, dann gibt's nur noch ein Team. Aber ich fürchte... Ich würde sagen, der Server ist leer. Weil eines gibt mindestens. Ich würde sagen, der Server ist leer. Weil die vielleicht auch noch irgendwo eins gekillt haben oder so. Ich kann mal diesen Käfer ausprobieren, wie der eigentlich funktioniert. Entschuldigung, gehen sie mal kurz aus dem Weg. Ich will mal den Tisch steuern und man hier irgendwie... Aber genau weiß man's natürlich nie, ob noch ein Team da ist. Mit Space... Der ist relativ langsam, aber... Mit... Ja, der ist relativ langsam. Sollts ja auch die Möglichkeit noch haben damit, äh... Den abzuwehren. Wie geht das dann? Achso, mit linker Maustür gedrückt halt. Ja. Man muss sich halt, äh... Verstecken, wo ich den das erste Mal hatte. Steht das dann nicht auf, wenn man den steuert, glaube ich, wie das... Ja, ja, das steht da kurz dran, ne? Ja, aber weißt du, als ich den das erste Mal hatte, wo du, ne? Du meintest, hey, der ist cool, nimm den mit und so. Ah, klar. Da hast du mir nicht genau gesagt, wie das funktioniert. Und ich hab mich dabei nicht versteckt, weil ich dachte, man wirfte mir so ne Granate. Dann ist er getötet worden. Ja, da waren wir ja auch gerade so ein bisschen im Stress. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Ein bisschen im Stress. Warum hast du mich gerade verletzt? Äh, eigentlich hab ich den draußen getötet, glaube ich. Dann ist er vielleicht doch ein bisschen dabei. Ne, ich hab gehört, dass er Schaden bekommen hat. Ja, ja, das kann ja auch sein. Weil ich war vergiftet, also. Ja, der macht, der macht Gift und Blutung, macht der. Sexy. Dann müsst du auch noch, du hast nen blauen Auge. Sexy. Oh, du, no, du siehst schon schlimm, aber ich tue mir leid. Ich hatte schon jemand total fertig gemacht. Was hab ich denn? Ich weiß gar nicht, was du für einen Skin ausgewählt hast. Hier, nimm ne Spritchen. Ne Spritchen. Geht nicht. Geht nicht. Warum geht das nicht? Du brauchst doch, du brauchst doch deine Leistungssteiger in den Mitteln. Müsst du doch eigentlich gehen, oder nicht? Geht nicht. Gesundheit Spritze schwach. Achso, Gesundheit Spritze geht nicht, weil ich voll bin, wahrscheinlich. Um die Uhrzeit. Also voll mit Gesundheit, mein ich. Gar nicht wahr. Du hast genau gemeint, was du mir gesagt hast. Erzähl mir ja keinen noch. Ein richtiger Hunter trinkt Whisky. Nein. Milch. Mach ruhig. Milch. Milch ist Gift. Hat mal ein weiser Mann gesagt. Ja. Ja, aber ich mein, du kannst mal in Milch, Hafermilch. Ähm. Mir gehen die nicht. Es gibt viel mehr. Hä? Wer hat denn da geschossen gerade? War doch grad wer geschossen. Hier? Ja, da schießt jemand. Da ist ein Gegner. Ich gegne, ich hab die Trophäen. Ja, zwei Gegner sind da. Zwei Gegner. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich blöd. Und einer hockt da hinten bei unserem Ausgang. Ja gut, wir mischen ja nicht. Aber die haben sich glaub ich gegenseitig aufgeschossen gerade. Das heißt, die gehören glaub ich nicht zusammen. Wir müssen ihn mal fertig machen lassen. Ja, einer ist da und einer ist ganz weit hinten. Ich versuche mal den einen hier hinten vielleicht zum Lauf. Ich brauch dich nicht. Ich brauch dich nicht. Ist noch mehr Muni. Praktisch. Der ist irgendwo da hinten im Haus, der Typ. Dann kann ich doch wieder auf das Nahkampfding gehen. Lass mal wieder ein bisschen herzen. Hat Hit. Mensch, unseren Auftragskiller. Ah ok, ist tot. Da von, von da glaub ich. Einer ist noch da hinten, genau. Passt auf. Hast du noch Sicht übrig, oder? Ja, warte. Ich hab gleich auch wieder welche, wenn ich den gelootet hab. Da. Da. Eins noch. Zwei hab ich noch reich gekommen. Das Ding ist, ich hab leider, hat einer von euch ne Feuerbombe oder irgendwas? Ja, hab ich. Dann schmeißt er auf den drauf. Wo, wo ist denn? Da unten? Da unten. Ach. Weil ich, weil ich nicht weiß, das könnte auch ein Solo sein. Und wenn der wieder aufsteht. Ich guck nochmal kurz. Also im Feld, im Feld ist noch einer irgendwo. Da ist er immer noch, da hinten. Ja. 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 Ich geh mal, ja da rum, ja. In dem Feld versteck ich sich. Ups, ich bin runter gefilmt. Ja. Äh, Flashbomb hat nicht gekauft. Ich seh ihn aber auch leider nicht. Der ist, der ist im Haus glaub ich drin. Ich hab grad mit High- Nicht? Ja, mit High-Step. Da oben. Der hat mich angeschießt. Ja. Ja. Okay, gut konjugiert. Angeschissen. Angeschissen, Alter. Angeschissen, Alter. Wichtig. Lein. Dreckig, gell? Iiiiih. Der ist hier oben drin, ne? Was? Der lebt noch? Voll entrüstet so. Mann, ich verfehle nie mein Schiff. Das kann ja nicht wahr sein. Amtlenkung. Das ist dritt. Die kriegen ja wohl getötet, oder? Ja. Hab ihn. Haben wir. Haben wir gut gemacht. Das ist Teamarbeit. Wuhu. 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 Oh my God. Geben sie noch was zu holen. Geben sie noch was zu holen. Geben sie noch was zu holen. Guter Punkt. Warum die Secondary sieht auch nicht aus? GG. Ich weiß nicht, das klang ein bisschen gemein. Ich bin doch immer ein Pärer-Sportsmann. Nein. Ich hab GG gesagt. Das ist fair. Ja, aber das könnte sarkastisch gemeint gewesen scheinen. Was? Und los geht's. Wuhu. Ich sag immer GG. Also wenn ich... Ja, ja. Und vielleicht ist das immer Sarkasmus. Nein. Das ist mein GEM. Ja. Ja. Ich meine die Aufnahmen unter der Dusche. Geht es nicht? Ja. Und... Juuu. Oh, hab ich sogar ein rotes Fass erwischt. Juuu. Juuu. Kommen sie rüber. Kommen sie rüber. Kommen sie rüber. Denn jetzt gibt's einen Boom. Das ist nicht okay. Ich finde das ist nicht in Ordnung. Sowas sollte man nicht machen mit der Muschi. Ein großes Boom zum Ende. Darauf ne Spritze. Wuhuuu. Wuhuu. Wuhuu. Guck dir nicht. Komm her. Ich will Schlag kriegen. Komm her. Komm her. Bleib stehen. JAAAa. GUT, GUT. Alles klar. Aufständen wie Settel. Aber wie schnell bist du da rüberfallen? Warst du nicht voll... full live? Ein Bällchen fehlt mir dauerhaft irgendwo. Ach so. Ach ja, stimmt, weil du ja tot gewesen bist, ne? Aua! Gleich kommen wir den nächsten um. Ja, gut. Ja, komm, lass. Komm mal nie raus. Ach, wie schön. Ah, schöne Runde, ey. Das war spannend, ey. Okay, ich sag dann jetzt einmal auf Wiedersehen. Ja. Glaub ich. Und er sagt, ist auch egal, ich sag jetzt einfach. Ja. Nee, sie können mich alle mal ganz toll gern haben, weil ich bin ein netter Mensch. Ja, schauen Sie sich um. Eins, zwei. Ja, schon macht immer noch Twitch, gehe ich mal davon aus. Ja. Vermutlich. Wenn er nicht mittlerweile in seinen Pappkarton unter der Brücke gezogen ist. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Vielen Dank, ciao, ciao. Ciao. Tschüssi. 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 Tschüssi.